Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 21. August mit Zoe Tassovali. Hallo und schön, dass ihr zuhört. Einbrecher testen bei uns in Essen derzeit neue Methoden aus. Sie markieren Häuser und Wohnungen, um herauszufinden, ob jemand länger abwesend ist. Silvia Schapjewski von der Essener Polizei erklärt im Radio-Essen-Interview, was diese Markierungen bedeuten. Das sind kleine Markierungen, die einem potenziellen Einbrecher signalisieren, wenn diese drapierten Gegenstände längere Zeit an der platzierten Stelle liegen bleiben. Sind die Bewohner möglicherweise im Urlaub? Also kann ich mich da als Einbrecher erst mal ungestört umsehen. Das kann ein Blatt sein, das im Rollladen steckt, ein in Papier gewickelter Stein neben der Haustür oder die Blumentöpfe werden verrückt. Die Polizei empfiehlt, genau hinzusehen und alles schnell wieder in Ordnung zu bringen. Außerdem sollte jeder die 110 anrufen, wenn einem etwas Verdächtiges auffällt. Weitere Tipps stehen auf radioessen.de. In Essen wird es bald eine weitere Grillzone geben. Sie wird im Gerwinus-Park in Frohnhausen sein und schon in den nächsten Tagen aufgebaut. Damit gibt es in Essen jetzt zehn Grillzonen, unter anderem im Nordpark in Altenessen und im Stadtgarten im Südviertel. In den Grillzonen gibt es Mülleimer und Toiletten. Seinen Grill muss man aber selbst mitbringen. Außerhalb der Grillzonen ist das Grillen im größten Teil der Stadt verboten. Nach dem Seefest am Baldeneysee gibt es eine Menge Lob, aber auch Kritik. Am Wochenende wurde der 90. Geburtstag des Sees gefeiert. Es gab Programm rund um den Baldeneysee. 75.000 Besucher sind laut der Polizei und Feuerwehr dabei gewesen. Seemanager Boris Orlowski war mehr als zufrieden, auch von den vielen Vereinen und Gastronomen, die mitgemacht haben. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Das war unglaublich, dieses Bild, diese Atmosphäre, die ganzen beleuchteten Schiffe, wie viel Herzblut dabei war, wie viel Liebe hier dem Baldeneysee entgegengebracht wurde. Wir haben aber auch Kritik gehört. Man sei abends schlecht vom See weggekommen, weil zu wenige Busse und S-Bahnen unterwegs waren. Außerdem war das Feuerwerk zu klein und nicht von überall aus gut zu sehen, haben uns Radio-Essen-Hörer geschrieben. Bei uns in Essen sind aktuell sehr viele Störche zu sehen. Das haben uns am Wochenende bereits mehrere Radio-Essen-Hörer geschrieben. Die Zugvögel sind aktuell auf der Durchreise, erklärt der NABU auf Radio-Essen-Nachfrage. In Duisburg und am Niederrhein brüten die Tiere sogar. Inzwischen überwintern viele Störche sogar hier bei uns in NRW. Das liegt am Klimawandel, sagt der NABU. Der Boden friere hier nicht mehr zu und sei weich, wodurch die Störche genug Nahrung bekommen. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. In der Nacht gibt es nur wenige Wolken und es ist klar, es kühlt außerdem ab auf rund 16 Grad. Die nächsten Nachrichten aus Essen gibt es dann wieder morgen früh ab 6 Uhr hier bei Radio-Essen. Habt alle einen schönen Abend. Bis morgen. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio-Essen-Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.